Ey, bloß, ich glaub, wenn ich am Ende so einen Outtags ranhänge, was wir so verlabert haben, dann ist das, glaub ich, länger als das Video. Willst du einen Outtags ranhängen? Nein, mach ich nicht, das ist peinlich. So, nun, wo wir auch die Promods gesagt haben, kommen wir nun zu... Was für Promods? Oh, Loader. Und, ähm, ja, wir sind nicht alleine. Bei uns ist mal wieder der Feromir und der Loader und der Blitzambler ist jetzt auch wieder da. Hey. Ja. Ähm, kommen wir nun zu den Bugfixes. Ähm. Hört ihr das wieder im Team? Okay, ein neues, cooles Feature ist, ähm, die 1vs1-Warteschlange. Ihr kennt ja sicherlich, ihr wollt ins 1vs1-Join, aber dann steht da meistens, es ist voll und ihr müsst warten. Nun gibt's eine Warteschlange, sprich, ihr gebt einen 1vs1-Join und dann steht da, du wurdest zur Warteschlange zugefügt. Ende jetzige Position 8. Jetzt bin ich schon Position 6 und ihr werdet dann halt irgendwann einfach reingeportet, mit Ohr, dass ihr halt immer wieder 1vs1-Join machen könnt. Ich bin Position 7. Wir werden gegeneinander kämpfen. Nein, werden wir nicht. Scheiße. Feromir, mach 1vs1-Join. Okay. Und, ich weiß nicht, ob's einige von euch wissen, aber es gibt, ähm, in Minecraft einen Duplizierungspark, den ich jetzt nicht weiter beleuchten werde, wie er funktioniert. Ja, auf jeden Fall, er wurde jetzt auf Mookscraft verhindert, also ihr braucht's gar nicht erst probieren, auf Mookscraft funktioniert er nicht mehr. Der Portal-Bug oder nicht? Ja, jetzt sei leise. Okay, entschuldigung. Ich kippe mich nicht auf den Bugs. die in 1vs1, äh, vorhanden waren. Einmal, dass man quasi seine Rüstung... Ähm, Summler, würdest du's nochmal wiederholen, und zwar genau jetzt. So, da haben wir noch ein paar Bugfixes im 1vs1. Da gab's zum einen mal eine Stelle, wo man vom Anfang auf raufjumpen konnte, wo man dann quasi in einer Non-PVP-Zone war und quasi die ganze Zeit tanken konnte, ohne Schaden zu bekommen. Ähm, das ist natürlich nervig für alle anderen Spieler. Ja, das wurde zumindest gefixt. Wie wird er? Da wurden einfach nur Blöcke hingesetzt, dass man nicht mehr raus kann. Leute, euer Gelaber interessiert keinen. Lasst kämpfen gehen. Also, Loda hat leider das Prinzip des Mookscraft-Info-Videos noch nicht verstanden. Doch, doch, hab ich schon, hab ich schon. Ach, da kann ich ja mal gleich nebenbei erwähnen, nur so zur Info, Peter, ich muss noch mit dir reden, falls er sich das anguckt. Er traut sich nie, er traut sich nie. Ist wirklich so. Ja, okay. Ähm, wie ihr seht, ich bin jetzt schon, ähm, Platz 2 in der Warteschlange bei One vs. One. Was? Wie sieht man seinen Platz? Ähm, sie steht einfach immer wieder im Chat. Und dann werde ich dann, ich bin Platz 3. Nein, Platz 3. Ich geh schon mal, Wop. Ist einer Platz 4? Nein, ich bin Platz 6. Och man. Oh man, guck ich gleich mal zu, wie der Heavy kämpft. Bin ich mal nicht gespannt. Ja, wenn nicht, wenn ich zu... Ja, komm, das wird jetzt ein Let's Battle One vs. One. Ich will gegen dich kämpfen. Und das zählt nicht. Äh, der ist etwas nervig. Das ist deiner, oder? Und die 5 Diamanten, die gewonnen werden, die werden nach Halbjops vorweg geschmissen. Oh, das interessiert dir eh keinen. So, jetzt kommt hier... Wow, mega leck. Ja, danke für die Werbung von Moxcraft. So, jetzt ultimative Battle. Ich auch voll der P-P-P-Pro, ne? Also, wenn ihr gerade ein Wellensittich im Hintergrund hört, lasst euch von dem nicht stören, der ist eh bald aufgegessen von Blue Sammler. Der hat doch so sehr schärf gefundert. Das haben wir bereits geklärt. Ja, der hat nämlich... Der isst nämlich sehr gerne Tiere und deswegen... Ja. Pferde. Pferde Döner. Pferde Lasagne. Okay, komm, wir zurück mal zu den News. Wann bist du endlich tot? Hör mal auf, auf der Lasagne rumzureiten. Meine Güte. Wann bist du endlich tot? Auf jeden Fall, man kann es jetzt hier nirgendwo mehr rauspacken, man kann nirgendwo mehr campen. Coole Sache. Versuch mal, deine Rüstung auszuziehen. Ich glaube, das sollte auch nicht mehr gehen. Nein, nein, ich bin schlecht. Oh, Click-A-Board. Hacker, hacker, hacker. Hacker nicht. Versuch mal, deine Rüstung auszuziehen. Mal gucken, ob das klappt noch. Komm, jetzt muss ich heavy... Heavy... Weil, das gab es auch mal mit der Rüstung, wenn man die auszieht. So, nice. Oh, ich hab gewonnen. Ich bin. Okay. Ich bin dran. Versuch mal, deine Rüstung auszuziehen, bitte. Versuch mal, deine Rüstung auszuziehen, bitte. Oh, fick dich mit deinem Schneeball. Achso, man sollte nicht so viel fluren in einem Infovideo. Okay. Blue Sammler, um kurz das Schlusswort zu machen, gehen wir nochmal zu zweit in Einzelchannel. Nein, 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 nein. Ich bin da auch dabei. Können wir gerne machen. Ich bin aber erstmal auf dieser Bug getestet wird, ob man seine Rüstung noch auszwingt. Ich kämpfe gerade, ich tue... Hab ich gewonnen? Hab ich gewonnen? Ja, ich hab gewonnen. Ich erfahre mir schlechte Fake-Nachricht. Okay. Ähm, das ist ein Fake-Nachricht. Das stand bei mir gerade wirklich im Chat. Ich. Noo. Du kannst jeden DOP'n, du kannst mich auch DOP'n. Leute? Ja? Bist du ruhig für ein Let's Play? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hoffe, er hat auch Pause gemacht. Ja, habe ich. Okay, Blue, komm mal mit runter auf. Ey, ich nehm die ganze Zeit auf. Ich lad das auch eiskalt hoch. Wer fickt das? Ey, Fero, move mich damit, move mich damit unbedingt. Error. Haha. Ha-ha. Nein. You removed. User was moved. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht lustig. Das ist echt nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Okay, beim Schlusswort willst du dir jetzt auch noch was sagen, Loda? Ich? Ja, nein, weiß nicht, keine Ahnung. Okay, dann... Ich überleg mir das dann spontan. Klingt gut, oder? Okay. Dann, das Letzte ist auch nur auf Facebook genutzt, YouTube. 3, 2, 1. So, damit kommen wir auch hier schon zum Ende von MoxNews in dieser Woche. Ja, ähm... Was noch zu sagen gibt, Facebook wird jetzt auch nun mehr genutzt. Also, liked unsere Facebook-Seite, Link unten in der Beschreibung. Natürlich abonnieren, favorisieren, alles mögliche. Wir sind alle like-abonnenten. Ich auch abonnieren. Ich bin auch Abonnenten-geil. So richtig. Genau, den Loda auch abonnieren. So richtig. Ja, genau. Wir haben keine anderen Hobbys, außer Abo-geil zu sein. Nein. Oder eine Daseinsberechtigung, weil er mal Admin war. Ja, genau. Ja, genau. Also, es werden nicht nur MoxNews-Videos kommen, sondern wir haben auch schon ein paar andere Dinge geplant. Lasst euch überraschen. Sie werden halt hier hochgeladen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Einen Moment, Heavy, ich habe auch noch was. Was? Und zwar, wir freuen uns immer über positives oder negatives Feedback zu diesem Video. Das war jetzt das erste. War vielleicht noch nicht so perfekt, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte. Also, deswegen brauchen wir Meinungen, aus denen wir dann... Deine Meinung interessiert keinen. Deshalb brauchen wir von euch die Meinung. Weil seine Meinung keinen interessiert. Oder? So, wenn ich das ausdrücke, noch ein anderer. Das Lustige ist, euch hört gerade eh keiner mehr. Mein Fraps hat sich Aufnahmen aufgehängt. Das ist toll. Das ist prima. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ja. Ferrumir will auch noch was sagen. Den letzten Teil jetzt gerade müssen wir einfach nochmal neu machen. Ferrumir willst du auch noch was sagen, während die Aufnahme abkalkt? Komm auf, deine Chance jetzt. Fick da. Gut gemacht. Gut gemacht. Ferrumir mit dem Info, das kann sein, dass er Aufnahmen hat. Oh. Ja gut, egal. Wir nehmen dann die kann seine Aufnahme auch. Vor allem, mein Fraps ist registriert auf David Kleinwälder, Mann. Hm. Wer ist das? Hä? Wieso hast du gekauftes Fraps? Das ist doch... Mein Fraps? Ey, oder? Kannst du einfach... Da kannst du die Lizenzen von irgendwelchen Leuten runterladen. Warte, Heavy, Heavy, auf was ist da jetzt registriert? Auf David Kleinwälder, Mann. Meins auch. Geil, Ferrumir haben das gleiche. Wo sieht man auf... Bei Registration Details. David Kleinwälder, Mann. At Hotmail.com. Ich bin Dennis Mac... Ich bin Dennis Mac Cape. Okay, dann machen wir das Ende jetzt nochmal. Ja, ich nehme ihr die ganze Zeit auf und ich lade das auch alles hoch. Also ist mir egal, was ihr macht, aber... Okay, nochmal. So, wir kommen jetzt auch schon zum Ende von den... Böschi... Alter, genau. Das ist so toll gesagt. Das hat sich schon wieder aufgehangen. Mein Minecraft hat sich schon wieder aufgehangen. Wir machen das einfach so. Wir haben doch jetzt alles, was wir sagen wollten in meinem und dann... Nein, weiß nicht, keine Ahnung. Nein, da sieht man dein Modus. Nein, ich hab Modus nicht an. Ich hab's kurz vor der Aufnahme ausgemacht. Ist echt so. Ich schwör. Doch, guck. Escape, Option, Modus, On. Jetzt hab ich's an. Off, jetzt hab ich's wieder aus. Oder können wir dein Video als Making-of-Video hochladen? Wenn ihr wollt. Wir setzen mal dann in Skype oder so, dass... Nein, Mann, Alter. Bei meiner Internetleitung sende ich euch das 8 oder 9 Stunden lang. Heavy Wolves. Komm mal, Moxcraft Online. Bin ich doch, ich stehe voll, du Idiot. Wo bist du, wo bist du, bist du? Bist du, wo bist du? Oh, Junge, Junge. Trolal. Ferro, TP, mich zu Heavy Wolves. Ich spammt gerade sein Chat voll mit... Ferro, mir hat dir einen Muckskund verschenkt. Oh, Mann, Ferro. Ey, TP, mich mal zu ihm, Ferro. Ey, Ferro, das ist nämlich gerade auf, das sag ich Peter. Oh, toll. Ist user-freundlich. Peter, habe ich auch gerade eben schon voll gespammt. Marco auch. Leute, ich bekomme gleich ein Problem. Das Video wird so lang, dass ich den Rest des Abends und den Rest der Nacht und den Rest des ganzen morgigen Tags hochladen werde. Oh, nice. Okay, dann mache ich jetzt nochmal das Ende. Okay, drei, zwei... Oh, wir kommen jetzt auch schon zum Ende von dem dieswöchigen Box-News-Video. Jo, hat einer von euch noch was zu sagen? Ja, ihr müsst mich abonnieren. Mein Channel-Link steht dann unten in der Beschreibung. Mich auch. Nein, definitiv nicht. Doch, ich war mitbeteiligt an dem Video. Hallo? Okay. Also genau, wir sind alle Abonnenten. Like geil. Genau. Also, wir sind alle abonnieren. Und wir freuen uns sehr über positives, aber auch über negatives Feedback. Er ist, wie gesagt, unser erstes Video. Alles so ein bisschen durcheinander. Und uns mit uns... Also, Heavy Rules, du freust dich ja mehr über negatives Feedback. Genau, das freut mich immer sehr. Und ja, lasst uns eure Meinung wissen. Wie wir es gemacht haben, was wir verändern könnten. Und ja. Ja. Abonniert Feromie auf YouTube. Ja, genau. Das macht ihr mal richtig. Das schneiden wir gleich noch raus. Naja, Leute, ich sag mal, tschau, ne? Ja, haust rein. Dann bis nächste Woche oder wann auch immer. Viel Spaß noch, wünscht euch. Wuck. Das klingt sehr geil. So, und Feromie hat mich gerade zugespam mit abonniert Feromie auf YouTube. Bist du fertig? Bist du fertig mit der Aufnahme? Ja. Coole Sache. Dann beende ich jetzt auch meine Aufnahme. Ich hoffe, sie hat allen gefallen. Noch irgendwer was zu sagen? Nein. Nein. Außer, wenn du das hochwählst und durch deinen Notus her, kriegst du drei Warns. Coole Sache. Ich habe aber keinen Notus. Und du auch mal drei. Ich habe echt keinen Notus, ich schwör's. Nein, ich benutze den Notus nicht. Oh, ich wurde angestupst. Aufnahme? Ulman Erik stupst sie an. Ulman ist cool, mit ihm habe ich eine Base. Er macht zwei. Ja, der ist wirklich, der ist richtig gechillt. Ey, er stupst mich schon wieder an. Nee, Ferien stupst mich an. Oh mein Gott. Okay, ich höre jetzt auf mit der Aufnahme. Sonst kriegen wir die nie wieder fertig. Ähm, ich hoffe, es hat auch aufgenommen. Werde ich dann sehen. Mhm.